Wir suchen sie uns in unberührter Natur, in der schönen Steiermark, wo die Welt noch in Ordnung ist. Salzburger Gegend hinaus, hohe Dauern. Sölft-Bassgebiet, wo es rüber geht nach Schladming-Ensttal, das Sölfttal heraus, mit den Katsch-Baller-Bauern. Es ist Mitte April 2012 und hier wäre das Dörfchen Bayerdorf bei Schöder. Ein Überbleibschl aus der Römerzeit, unser Römer-Turm. Hier ist der Gasthof im Ferienhaus. Römer-Turm und der Gasthof Neuwirz, die unser Dorfleben bereichern. Besuchen sie uns mit ihrer Familie in wirklich unberührter Natur, wo sie machen können, was sie wollen. Mit noch Bauernhöfen, mit Milchkühen, Schafen, Pferde und Rinder und schönen Wandelwegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.